ja hallo zusammen da bin ich wieder mit einem kleinen info video von mir und zwar geht es darum ich habe in der letzten zeit ein bisschen festgestellt dass ja die aufrufzahlen von youtube videos dass die schwanken liebe leute und ja ich bin jetzt hier auf meinem kanal scrollen mal ein bisschen durch ja wie gesagt dass sie aufrufzahlen bei mir die schwanken ziemlich und es könnte darauf daran liegen dass ich die videos um 17 uhr aufnehmen so und ich habe im zuge dessen eine kleine twitter umfrage gemacht da gehen wir mal kurz hin hier genau die twitter umfrage sah folgendermaßen aus immer wieder wenn ich frage an euch welche uhrzeit findet ich hier für uploads am besten und würde ihr nächsten schauen so und so sieht das ergebnis aus liebe leute es haben 38 leute mitgemacht ich nehme das jetzt einfach mal als repräsentativ weil es sind ja auch viele leute aus twitter auf youtube rüber gewechselt und die meisten wollen es um 19 uhr haben tatsächlich gut 17 uhr die wenigsten das ist natürlich ja wenn man bedenkt dass ich bis jetzt um 17 uhr hochgeladen habe ist das die schlechteste aller möglichkeiten deshalb genau leute die trends sehen mit sich aus bikini corona leugner schnee sie in six finale hitzewelle ja gut okay egal ja wie gesagt leute im zuge dessen daher ab heute ist es der samstag samstag der 8 august daher ab heute videos ab 19 uhr jeden tag montag bis samstag die projekte bleiben gleich die länge bleibt gleich nur die uhrzeit ändert sich halt 17 uhr auf 19 uhr ich hoffe mal dass ihr damit soweit klar kommt und dass euch das zusagt jetzt die änderung und ja dann würde ich mal sagen wünsche ich euch noch schönen anderen schönen tag und dann freue ich mich wenn ihr mal ja bei einem meiner nächsten videos dabei seid ne gut tschüss